Ein Smart ist hier zum Verkauf angeboten. Zwei Personen haben in dem wendigen orangenen farbenen Dreitürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 4000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2016. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Panoramadach, elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung und noch vieles mehr. Der Sparsame Benziner hat eine Leistung von 71 PS. Er wird über ein Automatikbetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 4,1 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.